Warum sagen Sie eigentlich nichts? Du lässt mich ja nichts sagen. Also wenn Sie wissen wollen, warum ich das gemacht habe, das mit den 3000 Lire. Ich, ich weiß nicht. Oh, da hat wieder jemand seinen Schirm vergessen. Also Sie haben keine Ahnung, was die Leute hier alles liegen lassen. Das mit den 3000 Lire, das, das hat keinen Grund, falls Sie so etwas denken. Ich mache oft komische Sachen und weiß nicht warum. Es gibt kein Warum. Sie verstehen, ich, ich sage das nur, weil, weil Sie denken könnten, das hätte etwas mit, mit Gefühl zu tun. Hat es nichts? Nein, überhaupt nicht. Seltsich habe mir gedacht, dass Sie sich so etwas zurechtlegen. Ich lege mir gar nichts zurecht. Ja, aber irgendetwas müssen Sie sich doch gedacht haben. Ich denke mir jetzt was, Gampolo. Jetzt? Bin ich dem geringsten neugierig. Schade. Jedenfalls nicht. Nicht sehr. Ich möchte dich einladen, Gampolo. Heute Abend. Hast du Lust, mit mir auszugehen? Einladen? Mich? Wohin? Ich frage das Signor Costa, weil ich jetzt vorsichtig sein muss. Die Osteria. Wir essen zusammen, hören Musik und vielleicht tanzen wir ein bisschen. Sie wollen mit mir ausgehen? So, so, so richtig mit allem drum und dran? So wie ich bin? Ja.